herzlich willkommen an die olympics oder die youtube zuschauer wir sind heute wieder mal bei numo games aber das ist nur das ende kai kun hat gestern gewonnen aber wir machen heute natürlich den letzten tag noch voll man kann ja noch auf pushen seko hat immer zum platz 2 für sich gesichert und halt noch mal an alle die neu im chat sind wie lange habt ihr das eingeprobt gar nicht ich habe immer gesagt komm lass da am see stehen und angeln da habe ich irgendwelchen pole switcher angemacht und ja das war's ja übrigens das erste spiel wird auf der 1 18 plus sein auf side toxen darum könnt ihr noch die version männer und wir waren natürlich noch ein bisschen ich schneide es noch im youtube video erinnere mich daran dass es einschneiden soll mach ich muss es von strich nehmen weil ich da dich aufgenommen habe ja ja wir können schon rüber gehen oder wir warten wir schon rüber gehen dann sehen wir schon welche leute noch welche nicht das rüber zu zettel zeit toxien ja rüber zu unserem ersten spiel zeit toxien ja da ist schon jemand warst du einiges sind einige warten schon eingeladen vom aller echten ja glaube ich ja nicht ich kann den screen schicken was macht der zeko da mit dir ich weiß es nicht also ich brauche jetzt ein bisserl hallo laurin mit ihm war ich heute im stubbley für die die gefragt haben er ist es der stubbley typ ich habe mich tüten haben sie schon gewollt hat für was gewollt hat die tüle mini der vierten pinguin fehlt du hast meinen namen falsch eingegangen stimmt das decoy geht richtig ab ich habe mich mit seiner deutscher flagge tüten den server gewollt den server gewollt das sieht so lustig aus Gott warum habe ich keine flagge ich habe hey 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 tüle pinguin mit na gut der war natürlich doch fehlt denn noch wer okay blue fehlt okay keine ahnung blue craft so so blue craft 103 fehlt okay ich will jetzt nichts mehr hähähähä hähähähä gut äh ja kann man auch mitmachen klar kann man auch mitmachen die neueste version ist die neueste in der 1.18 geht auch wir haben jetzt die neueste warum willst du mich töten welcher server seit toxien wo ist das logo da der einzige spielmodi auf diesem server wir haben heute jemand neues dabei graf j und lauren bow am letzten tag bis der zeitpunkt ist blackie da oder schläft er was warum ist da mein alt dein alt mitmachen der mit der flagge macht auch mit bist du für lichtenstein ich kann nicht groß ist der land deutschland flugkraft soll ich die einladen das bist du nicht mann wenn niemand mehr fehlt dann würden wir halten die lauren fehlt noch er hört auf mich zu töten ich fehle ich vergesse immer alfred und ich habe ihn schon angeladen ja natürlich du bist doof alfred also wir warten noch auf lauren ok ja wir haben für die nächste film bekommt einiges mehr äh ja ich habe für die nächste film einiges mehr vor also das ist eigentlich hier ja spontan gewesen du kannst mich einladen du musst annehmen du musst slash party accept selbst im chat dann kannst du aber kurz fest machen was denn mir geht es gut an dir warte lauren ist drin alles drin ja gut dann gehen wir los in mario party oder minecraft minenhandwerk fiete wie es bei mir heißt das übrigens warum die sprache so komisch ist äh ihr habt die sprache eingestellt auf mimetoxien sehr äh wir können wir gehen hier rein auf die schatzinsel elf personen sind abutsmann ist nicht von uns wieso habt ihr immer noch die flagge hier in der lobby auch hilf viel glück leute also die randoms oder die teilnehmer die nicht von der vier olympics sind werden äh nicht mitgezählt in der rangliste heißt nur unsere top 3 am schluss und fällt danach werden ziehen ich bitte euch am schluss bevor das spiel fertig also nachdem das spiel fertig ist nicht zu leften weil sonst die die leften werden nicht mehr in der rangliste angezeigt und es kann sein dass ich dann euch nicht mehr wahrnehme und es geht los der erste würfel unten ist ichs da ist es ich hab ne 3 aktuell bin ich am führen ja ja goldmedaille wir können schon aufhören reihenfolge was ist das ach das mit diesen knöpfen oder ach nein ich kann das nicht die knöpfe muss man hier merken oh schmanty ist hier der favorit dieses spiels ja mach gerne leuten druck kann das sein ähm ich auch noch sind alle drin alle ja oh alle schlagen sich gut ich hab's auch ja ich war das war's für mich das sind aber nicht mehr alle ach so ich wusste gar nicht dass es nicht angezeigt wird wenn man stiehe der 6 die liegen ifies 4 leute 3 drei leute 3 developed 3 von 4 mit wicks ich bin tot Und Bene Röhrs 73 gewinnt Oh, Lauren Zweiter Oh, du bist auch Zweiter Ach echt? Achso, weil wir in der gleichen Runde rausgeflogen sind Wahrscheinlich schon Du musst eine Prinzessin Ich bin bei C-Core, aktuell auf Hang 2 aktuell führt Kalkon Wow, ich krieg noch ein Ereignisfeld und fährt noch zwei Felder nach vorne geworfen Daher kommt er schon, ach, Golden Vitalin hat, wir wissen noch, sei er neunter Hut Wird doch einfach ganz normal Also, Aaron 05 ist diesmal der Favorit C-Core, der beste Felder im Büchsteilnehmer Der Modus ist sehr, sehr schwierig für mich Hallo, kann ich mal das goldene Skelett treffen? Okay, Clonor Dritter Schmanty Fünfter Unsere Träume ist gerade Ja, ich auch Bastel geht auch noch ab Lauren auch Clonor Zweiter C-Core jetzt richtig am Einholen Zweiter Platz Z-Core immer noch Zweiter Clonor Dritter Schmanty jetzt Dritter Penguin holt auch noch ein Oh, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen C-Core immer noch Zweiter Lauren Dritter Penguin Vierter Clonor Fünfter Und irgendein Random die ganze Zeit Erster Wow Ja, das war der Favorit von vorhin Okay, es wird aber dabei belassen, dass C-Core Zweiter bleibt Clonor ist Dritter Nehme ich mit, nehme ich mit Und Lauren Fünfter Ne Fünf Und ne, zwei Gibt sieben Aktuell führt Kaikon weiterhin gefolgt von mir Und C-Core Punktfalle, Minus zwei Nehme 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 C-Core mit einem Abstand von vier Feldern auf den zweiten für den Olympi-Starnehmer Ach, nein Der Modus ist auch ganz schlimm Ist ne Waffenfolge, aber die Leute schlagen, ne? Ja, die Leute Also Schmanty Schmanty ist ja der Favorit Schmanty hat mich bekommen C-Core Zweiter Luma ist ne Prinzessin Tut mir leid, Alfred Ne, der Modus ist nix für mich Ne, für mich auch nicht Ah, schade Ich hatte gerade kurz einen Bogen gehabt Ja man, immer was Neues Ich hab jetzt einfach ne Nieder Niederockst Ja genau Wenn du einen Kill gemacht hast Dann kriegst du ne neue Waffe Und wenn du stirbst Dann wirst du wieder zu der vorherigen Waffe Achso, ich hab irgendwie übersprungen Ah, ich hab zwei Kills auf einmal Ach, nö Aua Ich hab null Punkte Pinguin zur Zeit dritter Platz Vierter Platz Bastel Hinter ihm Oh nein Alfred gegen ich Okay, ich hab Alfred bekommen C-Core Zweiter Pinguin Fünfter GG Elif Flonor Zweiter Was, sie versteckt mich einfach ist gut Beste Taktik Ich mach mir meinen Silberwürfel oder sowas Ich mag den Bogen nicht Okay Ich Und du hast Fritza oder so? Ich weiß nicht, weil er hat drei erste Da ist die Logik ja kaputt Fünf Und ne sechs Und ne drei, acht Und ne eins Also ich höre vielleicht nicht ziemlich gut Wir sind hier bei einigen Aktuell führt Kalkon weiterhin Gefolgt von mir und C-Core C-Core Kalkon hat drei Äh, Felser auf Vorsprung Daorin dritter Ich dritter Alfred dritter Und Graf Paintball Der Favorit dieser Runde Kommt in den P-Lympics Dann nehmen wir C-Core Ja Hier geht's glaub ich nur auf Kills, oder? Ja Und nicht wie gut das Team ist Ist das? Oh Graf führt gerade Mit zwei Kills Eine erste Teilnahme Bei diesen Für die Olympics Hallo Greedy Zurzeit führe ich Mit drei Kills Greedy hat übrigens Seine Teilnahme Äh Nein, ich war die Er möchte bei Bei Bad Wars Mitspielen Wo Greedy dann Ein deutlicher Favorit ist C-Core zur Zeit Am Führen Mit sechs Kills Aua Äh, Bad Wars wird auch Dürferpixel sein Greedy gewann damals schon Einmal die Fehl-Olympics Aua C-Core zweiter Pinguin dritter Ja, das war das zweite Mal Oder Greedy? Ich werde immer gehatet Nee, nee, nee Ob Lauritsch Ja, nee Das Spiel ist nix für mich Ich bin mit LUMO dritter C-Core zweiter Dieser Aaron geht aber auch Extrem ab Aua Glaub ich nicht gut Sofort ins Team Rein zu laufen Ja, okay LUMO ist dritter Wenn jetzt noch irgendeiner Hier einen Kill macht Ja, okay LUMO und Irgendwie ein dritter Und C-Core zweiter Ah Vier Eine Fünf Friede wurde zweimal zweiter Und dann einmal erster Also Hattest sehr sensationelle Quote Wurde von Aaron überwohlt Wieder plus, 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 plus Minus zwei wieder Ah, nee Ich bin immer noch erster Weil Aaron zwei Felder nach hinten Geschmissen wurde Und C-Core zweiter Einige würfeln ja schlecht Halt und führt Das hier ist nicht mein Modus Das sagst du jedes Mal Und am Schluss holst du Gold Früher konnte ich den Modus Aber jetzt bin ich nicht mehr so gut drin Weil die Leute irgendwie viel zu gut geworden sind Das war schon falsch Ich hab irgendwas falsch gemacht Hilfe Ich auch Aber was das hier Nee Ah nee Das hier fehlt noch Oh Gott bin ich dumm Nee Hä Ich hab irgendwas komplett falsch gemacht Und ich weiß nicht was Das hier hab ich falsch Ja also Du bist immer noch ja top Mit dabei Ja ich bin mega schlecht Ich hab irgendwas komplett falsch gemacht Irgendwann schon fertig Der Penguin hier ist in dem Modus extrem okay Ich mit Einen Platz Ich hab irgendwas komplett falsch gemacht Amux Der ist ziemlich sass Was schlechtes tut mir leid Ach das ist ein Among Us Ich hab das jetzt erst für mich Ziemlich hässliche Among Us Wenn ich ehrlich sein darf Och die haben sie schon mir gegeben Ich hab wieder irgendwas falsch gebaut So jetzt mach das da Das ist Und Penguin wird erster sein Penguin erster Cekor zweiter Clonor dritter Ich bin auch zweiter Zweiter auch Alle Diese würfeln die Ballon richtig rein Ja auch neun nehm ich mit Bei mir auf dem Kopf ist Ist ein Würfel Cekor ist erster Ich bin zweiter Clonor dritter Ich hab ihn noch nicht einmal höher Wie Dings Ja War es Blockköpfer? Achso okay Du musst auf deinen Block gehen Der wird kohlenumrahmt Cekor ist Favorit Und Leute denkt dran Ihr könnt auch Checkpoint setzen Mit Rechtsklick auf dem Schild Dann setzen sich die Blöcke weniger Ja genau Dann werden die nächsten Blöcke Aber später gesetzt als sonst Das ist grün umrahmt Umrahmt Blaurin Und da steht nächster Block Genau Das ist bisschen doof gemacht Für mich war es Für mich war es Auch nicht gut Cekor und Penguin erster Lumo auch ganz oben Auch Schmanty Lumo geht auch Nee ich lasse es kommen Lumo hat es geschafft Cekor zweiter Und Penguin wird dritter Nee Aaron wird dritter GG Leute Die Würfeln gönnen mir Ich hab glaube ich noch Kein einziges Mal Ich hab mal Mio gut Cekor Ist Cekor gerade im Call Ja er ist im Call Cekor und Cekor Confirm Gefolgt von mir Lumo Und Pinguin Woher lauchig Ja der Modus ist echt Bisschen doof Ach nein Sofort gegen Lumo Muskeln last Viel Glück Leute Und zieht die Kämpfe Bitte nicht in die Länge Ja das Ist ja schlecht oder Ja Sonst kriegt man Keine Punkte So ich hab Lumo bekommen Laurin Hallo Laurin Liebendes Kalkon Liebendes Kalkon Den Graf Gib nur einen Kalkon Hallo Egon Evangents Hallo Clonor Hallo Kalkon Oh was wirst du auf mich Schade Was ist das für eine Waffe Hallo Wastel Fliege Gott man kriegt ja gar Keinen Schaden Okay Ich fliege Hingeflogen Eine Angel Hallo Cekor GG Cekor Falcon führt aktuell Oh echt Warum hab ich ne Flagge Rote Karte Warum Was soll das Ich dachte Es wäre so ein Spezial-Item Oh hallo Penguin GG Penguin Aber ich glaub Ich müsste das haben Ja Kalkon gewinnt Und einige Zerperzüte Schmanty und Cekor Wer ist alles dritter Und Clonor Und Pinguin Eine vier Sechs insgesamt Eine sechs Mir fehlt noch ein Feld Da bin ich im Ziel Oh Cekor Hallo Cekor und ich Sind genau auf dem gleichen Feld Ein Feld Vom Ziel LUMO ist gleich neben mir Oh Gott LUMO Hallo Schon Noah ist dritter Ja ich und LUMO kämmen aktuell im Rang 3 Eko ist hier vorig Ja Oh sofort tot Das war das erste Mit sehr großem Abstand Ja und der Abstand Das war bei mir das erste Mal auch so Ich finde keine Gegner Aua Aua Noah erster Graf zweiter Ja jetzt chill doch mal Cekor ist auch Relativ nah dran Jetzt wurde er eingeholt Von Aaron und Juniki Aaron ist natürlich wieder extrem am Abgehen Cekor ist zweiter Ich finde keine Gegner Gesagt nur Der Start wird zu gut sein bei mir Ey Mann Cekor erster Cekor ist jetzt zweiter Oh Und ein Killstreak von vier Von Pinguin Cekor zweiter Und es wird auch sich wahrscheinlich dabei belassen Ja Cekor zweiter Und Wenn er jetzt gut würfelt Ja Ich hab ne 1 gewürfelt Und LUMO macht ne 6 Ich wird vierter Cekor wird erster sein Glücklich Cekor Göl für Cekor, Cekor für Kalk und Bronze Geht an LUMO GG Das wars mit Spiele 1 Und wir gehen weiter Ich wechsle noch kurz meine Version Wir sind gleich Ich werden da Hier Red Wars Wechsle selbst meine Version Ja Kann man meine Version wechseln Ich hab nicht damit gerechnet Dass ich in Mario Party noch zweiter werde Also ich hab eigentlich die ganze Zeit Nur durchgehend Würfelglück gehabt Ich hab kein einziges Spiel gewonnen Das hat auch viel mit Glück zu tun Ja das stimmt Also ich hab wirklich durchgehend Fünfen und Sechsen gewürfelt Wir werden Bad Wars auf Highpixel spielen Ja Da wir übrigens mehr Spieler sein werden wie 8 Gut Wird es zwei Halbfinale geben Wobei sich dann jeweils die Leute sich qualifizieren Und wir dann am Schluss Ja Wie in Aura und Speed Bingo Genau Da qualifiziert man sich dann für die nächsten Stufen Oder für das Finale dann Aber bevor Bevor ich dann die Leute auch kicke Weil ich muss ja schauen wer überhaupt da ist Lade ich euch trotzdem allein an Bitte auch annehmen Die jeweiligen Halbfinalisten werden per Zufallsgenerator ausgewählt Das stimmt Das kann jetzt ein bisschen dauern Weil ich jetzt Ein bisschen brauche Äh Diese Hauwei Ich vergesse jetzt Bitte nehmt es nicht persönlich Weil es ich irgendwen vergesse Nur der Witch Graf eingeladen Oder machen die nichts Stimmt Graf Graf eingeladen Kann halt sein Dass ich aus Das sind schon jemand eingeladen Hab aber Wer fehlt denn noch? Zum allerfinalen Spiel Es müssten Es müssten Ne Einer müsste glaube ich fehlen Es waren doch gerade elf Leute gewesen Jetzt ist Greedy dazu gekommen Wer warst du? Ne Graf ist drin Ok Ne Ne Dann weiß ich nicht Abtür sind wir elf Da jemand fehlt Elf? Elf fehlt Elf ist nicht online Vielleicht ist der Internet abgestürzt Dann machen wir es so Dass wir zwei Halbfinale A6 Spiele haben Ich werde einige Leute kicken Ich werde einige Leute kicken gleich Da wir Äh Wer ist das? Hm? Ja ich werde gleich dann einige Leute kicken Ja Für die Halbfinale Ja das ist jetzt ein bisschen kompliziert Aber wir schaffen das Ja stimmt Wie viele Leute werden pro Halbfinale weiterkommen? Die letzten vier werden im Finale sein Nee Jedenfalls die Top 3 Ok Also sechs Leute im Finale dann Ja So Also bisse Greedy Penguin Und Seekor Also das sind Das sind alle Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ok Und Ja wenn du Glück hast Das Problem ist Greedy Ich muss dann auch im Finale sein Sollte ich ausscheiden Weil ich muss doch zuschauen können Ich muss zuschauen können Das wäre ein bisschen Äh Du auf der Augen nur sechs Also Top 3 Konfiziert sich dann jeweils Und Er soll zwiften Achso Warte Ok Ja wie machen wir es jetzt Ich lade Ich lade Ich lade die Party Mir lief die Party Und ich lade einfach die Leute nochmal ein Und die Irre Joinen Also Lumo Pinguin Graf Seekor Lauren Können wir mal sagen Schmanty Schmanty Kalkon Warstel Elef Ich lade? Ok Ich lade sie Ich lade sie Ich sie nachher an Ich nehme nach Eure Freundes Erfahrungen An Du bist nicht drin Du bist in der falschen Party. Die erste Party ist falsch. Die ist jetzt nur für die warten, Leute. Okay, wir sind bereit. Und wir machen noch Party. So, er ist jetzt da drin. Mapselektor. Willst du Stopp sagen? Ja. Ähm. Stopp. Dockyard. So, bitte geht jedem ein einzelne Team rein. Ihr könnt auswählen, wer Fabio reingeht. Ich mache übrigens nicht mit. Äh. Ja. Kann ich irgendwie zuschauen? Nee, ne? Ich stehe einfach rum. Ja, genau. Einfach nichts besonderes machen. Ich hole mir nur Blöcke, damit die mir so zuschauen können. Ihr könnt gerne mein Bett da bauen, damit ich dann zuschaue. Geh mal auf Timo und dann zuschauen. Timo 3. Ich glaube nicht. Nein. Ich kaufe mir einfach Blöcke und schau zu. Mich bitte nicht töten. Geh mal in die Mitte. Noch lebt jeder. Mal schauen, wann das erste Bett abgebaut wird. Wir können ein Mindscan-App bauen, aber misst ja nicht. Aber wenn ihr Spaß dran habt. Das ist natürlich... Erstmal für die Stats. Ja. Also die besten drei qualifizieren sich. Nur zur Erinnerung, ich werde niemanden schlagen oder sowas. Bitte mich auch nicht schlagen. Ich bin einfach nur da. Klonor klaut erstmal die ganzen Dings. Nein, 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 nein. Ich... Ist hier die Mitte? Ich schätze mal schon. Ich glaube oben, oder? Da hinten, oder? Das Grüne. Das Grüne ist die Mitte. Ja, genau. Drei Sekunden nach Start. Noch lebt jeder. Ja. Ja, noch. Darum gehst du Mitte, damit die von Mitte allen zuschauen kann. Ich kann... Ich kann mich ja selbst nicht killen. Mein Bett muss ja weg. Dann kann ich von oben schauen. Ich spiel ja nicht mit. Ich spiel nicht mit. Ich spiel ja... Ich spiel nur Runde 2. Und Seko baut das pinke Bett ab von Laurin. Für Laurin sieht es wohl nicht sehr gut aus. Also, ich spiel ja mal raus. Dann komm da hin. Dann haben wir Pinguin. Er baut sich rüber zu... Zu... Rot... Na, und rechts, rechts sich bei Seko. So. Irgendwann geht wieder nach Hause. ganz so aus haben wir denn noch bei pink rings ab kann man nicht zuschauer machen oder so ich weiß es leider nicht und lauren ist raus wir haben noch fünf spieler übrig ja wir sind noch raus stimmt alles sagt er nicht wo die gegner sind aber wir können ein bisschen zuschauen nein ich sag dem die gegner nicht ich sehe ja eigentlich gar nichts das ist eigentlich mega doof wenn ich ehrlich bin in der mitte kommt niemand ja für dich ist bedwurst leider vorbei lauren ich bin nur zuschauer ich mach nix du kannst gerne rüberkommen das war's lauren das ist das allerletzte Modi die letzten waren die letzten neun tage kommst zum fight beide kennen sich je nachher will ich leben je nachher will ich gerne ins finale kommen und das Bett von aqua von graf wurde von luma abgebaut da frächt sich aber nur mit dem tod komm mir aber nach hoch ich glaube das ist am schlauesten hab ja optifindons kann ich ja mal ranzoomen ja genau wow ich kann nicht weiter wir haben dein ich muss die die bitte nicht hey wer hat mich jetzt der wird aber gebannt ach Ziko du bist so ein keck ganz im ernst wow ränder einfach out of distance muss ich das einstellen kann ich mir enderpern kaufen nee nee dann brauchst du glaube ich emirates für raus ab dico disqualifiziert c-chor aber raus einfach draußen gut wir schauen jetzt hier 5 spieler immer noch übrig wir sind natürlich noch einige übrig kein bett mehr aber er liebt noch es bleibt spannend die top 3 ist noch nicht entschieden hier aus der runde die beiden müssen noch ausschalten grün ist aus dem haus wo ist denn grün Alfred baut sich zu blau rüber wir team rot haben wir penguin der ist auch gerade außer haus der moderator ist übrigens heute Kalkon er hat oder ist moderator weil er die vier olympische spiele schon für sich gewonnen hat aber die anderen wir spielen natürlich die anderen spiele fertig ikon ist auch auch streamer oder youtuber ich glaube lauren kennt dich gar nicht oh ein angriff cam ist übrigens nicht erlaubt also man darf in der base bleiben kann selbst aber nicht irgendwie nach hinten gehen oh das bett von gelb ist weg oh also Graf hat sich gerecht bei lumo wenn man Kalkon schreibt K-A-Y-C-O-N-1 oder auf YouTube wie schreiben wir dich auf YouTube ja ist richtig genau gleich hier ich habe was im Chat geschrieben ja oder mit der drei zwei Leute ohne Bett drei haben noch ein Bett die drei sind Alfred Pinguin und Zikor die anderen zwei sich gegenseitig vernichten oh das rote Bett vom Pinguin ist weg von Zikor aber die drei leben noch ohne Bett aber Zikor wurde dann doch noch besiegt hat Lumo sein Inventar sortiert das kann gut möglich sein wir sammeln jetzt Guard Items und äh sortiert gerade sein Inventar wahrscheinlich das ist so ein Gag weil weil Lumo immer sein Inventar sortiert sagt man so wir sind immer noch beim ersten Halbfinale gleich starten dann das zweite Halbfinale der Pinguin hier oben ist ein Schneemann ich weiß nicht warum aber der Schneemann sieht cool aus Zikor hat schon einige Betten abgebaut ja fast eh das Betten los ich glaube Kaikon wird das machen ja Kaikon gerade top mit dabei der Runde gehe ich ab oder Zikor ne in Bedwurst bin ich nicht so gut also da wird mich eigentlich jeder kriegen nur Bedwurst allgemein ist aber Gott sei der Topfavorit ja das stimmt das ist der einzige Voodoo ist wer irgendwas auch mitmacht Bedwurst Zikor gegen Graf das ist das Ende für Graf ja Graf verabschiedet sich vier Menschen lieben noch einer muss noch ausscheiden einer muss noch ausscheiden ich muss wirklich Pimimaren gehen aber ich muss nachspielen Kaikon ist einfach der Typ der sagt ich hab so verhauen ich krieg ne 5 und dann ne 1 schreibt das stimmt deine Meinung dazu Kaikon? äh naja äh vielleicht Leak Clim was ist denn Leak Clim Alfred und Zikor haben immer noch ihr Bett nur dass Alfred noch sein Bett hat ich hab immer das Gefühl dass jeder so Alfred vergisst ja Alfred ist auch dabei hat auch ne Pyramide gebaut es wäre auch gut dass neben Alfred keiner war dadurch hat er jetzt doppelte Ressourcen ja man konnte sich ja das Team auswählen er meinte lol ok gut ja das kannst du also du hast zweimal verloren dann hat man jetzt schon das gute Gewissen aber danke für die Teilnahme Zikor baut sich zu gelb ja Luma möchte natürlich dass Zikor ja nicht rüberkommt sehr verständlich oh Zikor ist hintergefallen muss nur noch ein Person sterben die anderen drei qualifizieren sich es darfst du vielleicht hast du da mehr Glück Lauren ich wünsche es dir auf jeden Fall Luma wird gerade angegriffen Zikor ist das Ende für Luma? Luma wird es Luma noch schaffen also nur durch Feuerbälle kann man Leute selten besinnen oh es kommt zum Showdown Luma gewinnt gegen Zikor ist weiterhin dabei nein was ist drin kein schnittes Gewissen habe ich Spaß doch oh ha Luma hat ja glaube ich noch ein halbes Herz er darf weiter hoffen Alfred mittlerweile bei gelb angekommen oh es kommt zum Kampf wird Alfred Luma töten ja Feuerbälle Luma leider ausgeschieden wir haben die ersten drei Finalisten die dürfen natürlich aber Alfred ist im Finale ich werde Alfred aber eigentlich seine Medaille holen das sehen wir dann das wäre richtig heftig das sehen wir zu einem späteren Zeitpunkt ihr dürft gerne zu Ende spielen Alfred hat bis jetzt 14 Spiele gespielt noch keine Medaille und ist jetzt im Finale von Bad Wars ja Luma tun mir ein bisschen leid ja okay ich gehe kurz urinieren und das so fachsprachig sagt ich bin gleich wieder da ja so man sieht noch im Chat Zikor wurde vom Penguin besiegt Penguin hat immer noch kein Bett Alfred hat noch sein Bett und Zikor hat noch äh Bett ja ich versuche euch zu unterhalten während ihr einfach nur Chat gerade in Minecraft seht richtig toll ja Alfred ist in seiner Base ich habe keine Ahnung was die anderen beiden gerade am anstellen sind aber anscheinend farmen die ja noch also Zikor ist ja gerade gestorben deswegen würde ich jetzt mal schätzen dass er gerade wieder Equipment am Farm ist ich weiß nicht was Penguin macht ich weiß nicht was er für Equipment hat aber es wird sicherlich wahrscheinlich sehr gut sein bei beiden mal schauen wer hier noch gewinnen wird also die drei Finalisten stehen ja jetzt fest eigentlich müssen sie nicht mehr weiter kämpfen weil wie gesagt die sind ja zu 100% jetzt im Finale was jetzt noch passiert wird sowieso nicht mehr einen Effekt haben was im Finale passieren wird deswegen ja wie hat Zikor noch ein Bett es sind wohl anscheinend nicht sehr viele zu Zikor gegangen wer ist welche Farbe Alfred ist grün weiß ist Zikor und rot ist Penguin ja so ich bin wieder da war ein sehr äh schönes Toiletten-Gängchen drei Spiele sind noch übrig im ersten Halbfinale die drei haben sich auch qualifiziert danach geht's weiter das können wir mal sagen mit Manti, Kalkon, Vastel, Elef, Guidi und mit Mio zweiten Halbfinale das wird spannend Guidi wird alle besiegen ja ich ich hoffe einfach nicht neben Guidi zu spawnen ich hoffe auch also schön euch alle weg äh töten dann mich Guidi okay? Deal? ne ne ich bin fair Wastel ist sehr selbstbewusst dass er es gewinnt Penguin ist 24-7 in der Mitte das darf auch ja das stimmt aber ich frage mich halt warum die anderen so selten in der Mitte sind oder wir spektaten die einfach nicht lang genug ich weiß es nicht ja jeder will hier einen Deal mit Guidi ausmachen wo wird er am besten bestochen? man weiß es nicht Überraschungsgast Alfred macht einfach mal alle Wege er besucht mal alle Inseln Alfred war wirklich jetzt überall schon ist überall connected Weltreise gemacht Penguin jetzt von hinten? und bei Cicco vorbei die meisten werden abgebaut und bei Cicco vorbei äh und bei Cicco sehr sehr spannend hier das stimmt hinter einem bett und das bett gehört dc core alfred mit dem letzten bett das übrig bleibt das musst du wissen schmanty alfred disconnectet da haben einigen anscheinend inhalt probleme diesem sondergabend aber alfred wenn er zurückkommt natürlich im final mit dabei ja genau bei ihm ist leider das problem dass immer so gegen 9 sein internet abstürzt wird kommt es wieder oder ist es ganz weg ne der kommt noch wieder ok ja das macht dann nix ja war ist halbfinale ist schon weiter das game over weil pinguin runter geflogen ist ach so pinguin und pinguin und alfred sind im finale wir gehen zum zweiten finale halbfinale jetzt wird jetzt jetzt also ich lade die person ein einmal schmanty wir haben kalkon wastl 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 geladen ihr müsst dann das lässt links annehmen sind alle drin ja das sind wir erst noch mal stopp wir haben alle angst vor dir wir werden nicht auf dich gehen so stopp sagen äh stopp interessant mir schon wir spielen pavillon du kannst nicht badwars 8 1 spielen äh ach so muss party private machen gut wir sind drin gut die map spektat ach so man kann spektaten gut das wusste ich nicht also dürfte alle teams auswählen viel glück leute die der besten die drei die noch am schluss leben kommen ins finale mit alfred pinguin und zekor und es geht los ich hab schon so lange kein technos mehr gespielt hab keine ahnung wie der modus funktioniert schon äh heute zuletzt aber natürlich will ich hier äh weiter kommen wer ist neben mir boah bei gelb ist keiner bei mir ja bei mir neben bei bastel wer ist neben mir wer ist neben mir wer ist neben mir noch elb niemand wer ist neben mir ich habe keine ahnung wie bett was funktioniert irgendwie ja nein elif ist runtergefallen das ist egal ich habe mich gelangweilt irgendwo im rüberbauen auf einmal sehe ich da so ein elif runterfliegen oh wie wir denn okay spar lass mal mich in ruhe ich hoffs öh gehts eh Ist hier irgendeiner? Ich sehe keinen Ich muss immer wieder schauen Also ich spiele ja nie einzeln Ich hasse das über alles Aber man muss ja schauen Ich habe glaube ich noch nie einzeln Wettbewerbs auf Headwixel gespielt Immer sonst mit einem Team Ja wir haben auch vorher in der Zukunft Team Federal Olympics zu machen Das ist auch mal ein Vorschlag gewesen Von Penguin Ja Ja vielleicht werden wir es bald umsetzen Das weiße Bett ist weg Nein das ist ja genau bei mir Elevs Bett ist weg Greedy holt seinen ersten Schlag Nein ich baggero Alfred war sogar am Zittern Alfred du bist trotzdem im Finale Oh nein Wieso schießt du auf mich? Greedy ist genau die Was soll das denn jetzt? Oh neee Also zwei müssen noch sterben Lass mich Rüstung kaufen Das blaue Bett von Vastel ist weg Warstel Und du siehst rennen Oh nein Ich werde schon angegriffen Ich werde zu sterben Und Vastel ist tot Einer muss noch sterben Ich bin aber nur War nur in meiner Base Ja ich hab Greedy runtergehauen Ja Und so nur Schmanty geh weg Oh Gott das war so Schmanty geh ich gerne Wow Ich prob jetzt einfach nur zu verteidigen Ich mach nix anderes Ich verteidige nur Gibt's denn überhaupt Diamanten? Gibt's die auch in der Mitte? Die seh ich ja Beim Pavillon Nein bitte Wurste kein schlechtes Gewissen haben Du hast ja Medallen gesammelt Wo gibt's denn noch Goldäpfel? Da Mann Schmanty geh doch mal weg Wir alle haben so extremste Angst voreinander Kommt Greedy eigentlich jetzt wieder zu mir? Aufs Gott Ich weiß es nicht Ich hab halt Angst Ich geh halt einfach Nee ich weiß nicht was ich machen soll Wenn ich jetzt mal anders hingehe Kommt Greedy wieder um die Ecke Und ich bin tot Oh Gott ja okay Greedy ist bei mir Hohoho Ja ich hab ihn aber bekommen Gott Kann ich dich jetzt aber killen? Ich seh dich Ja okay Bei mir lohnt es sich jetzt nicht mehr Bei mir in der Base zu bleiben Hab ich das Gefühl Und ich werde mit nem Feuerball abgeschossen Ja Wer ist denn? Oh Gott Ich hab ihn tottetet Ja ich hab ihn tottetet Nun beleid Ja Schmanty wir sind im Finale Es tut mir leid Kein Gott Schmanty, Greedy und Clunor sind im Finale Ja Oh Gott Okay jetzt können wir mal nach vorne Ich hab nix gemacht Ich hab mein Ziel erreicht Ich hab zweimal Greedy getötet Zwei Emeralds? Von wo hab ich zwei Emeralds? Von mir Ach so Ich weiß nicht wie man die ausgibt Weil irgendwie konnte ich die nicht ausgeben Für nix Wow Du Das ist ein Kompass? Oh ich nicht Clunor ist in der Base Schmanty ist grad zu ner anderen Base gegangen Und Greedy Farmt ein bisschen Oh Clunor wurde ganz ganz knapp getroffen von nem Feuerball Von Schmanty Schmanty fliegt Hey wir haben mich abgeschossen Ach Greedy du bist böse Er kommt gleich Ich merk schon er kommt gleich Hilfe Er kommt gleich Greedy ist immer noch am Farm Oh nein Schmanty ist in seiner Base Schmanty ist in seiner Base Schmanty ist in seiner Base Noah ist auch in seiner Base Greedy fällt runter Anfänger Pö Was? Nein bitte lass mich Alle sind noch so halbwegs im Verteidigungsmodus Ich glaub es Kann aber gleich sein Dass es zu nem Kampf kommen kann Oh Greedy gegen Clunor Oh Huch Oh wie die fällt runter Jetzt ist natürlich die Gelegenheit Dass Clunor eventuell das Base Ach so ein Schwatt Das ist doch Das äh Calcun ist raus Es kommt wieder zum Kampf Clunor gegen Greedy Und Greedy gewinnt den Kampf Jetzt wieder alle im Verteidigungsmodus Und Farmmodus Ja ich brauch Items Wie soll ich es sonst machen? Sollte ja nichts negatives sein Sondern einfach mal eine Tatsache Nein Nein Ich muss es machen Oh Oh da ist nicht so heftig mit meinem Ding Oh Was ist denn für ein Schwatt? Was macht der überhaupt? Der war dann blub 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 Der ist auch das Wasser weg Wenn andere so ernst spielen Oh Das war nicht mein Bett Ich lebe ja noch Schmantys Bett ist weg Schmanty möchte natürlich nachschauen Schmanty möchte natürlich nachschauen Was da passiert ist Greedy schmeißt einen Feuerball Hat nicht getroffen Schmanty ist aber auf dem Weg zu Greedy Klonoa auch Schmanty geht wieder weg Jetzt kommt es zum halbwegs Kampf gegen Greedy und Klonoa Wer wird den Kampf gewinnen? Greedy hat das bessere Schwert Und Greedy gewinnt den Kampf Mit zwei Herzen Oder eher gesagt Einem Herz Das ist so knapp Das stimmt Habt ihr auch so Hitdelay? Ich weiß es nicht Ich bin Schlag einfach Mann Nein Gott wer Nee Wow Habt ihr so greedy? Wir sind immer noch im zweiten Halbfinale Gleich geht es noch los Mit dem großen Finale Des letzten vier Olympikspiels Ja Schmanty hat Augen auf den Seiten Weil er sieht Ich mach nix Ich bin nur da Ich werf nur von Da heißen Ich glaube alle sind gerade wieder im Angriffsmodus Schmanty spielt ein bisschen was von Klonoa weg Klonoa pflegt es wieder Jetzt verteidigt wieder jeder Oh es kommt zum Kampf Greedy gegen Schmanty Und Sieht nicht gut für Schmanty aus Und Schmanty ist durch Fallschaden gestorben Gegen Greedy Oh Schmanty Hol einfach mein Bett Du holst jetzt meins Ja du bist Ja du bist Wir sind beide im Finale Ja Schmanty auch Im Finale Und Greedy springt runter Nein Greedy Du bist doof Die sechs Finalisten stehen fest Ja Holified for the Grand Final Wurzeland Eurovision Willst du mal Eurovision Moderator werden? Oh Gott ne Okay ich lade nochmal alle ein Die weiter sind Alfred die Katze Ich muss jetzt applaudieren Jedes Mal wenn ich jemanden aufrufe Zirko Ich hab den dritten vom ersten Halbfinale vergessen Ich werde das schon wieder Pinguin Pinguin Don't be greedy Schmanty Und ich Ich werde ihn vergessen Ist du verleid Pinguin Ist du verleid Wir sind im Großfinale Von Betos Im letzten Medi-Game Die sich auf jeder Olympics Sind alle drin Sind alle drin Sind alle drin Ne Schau kurz Willst du mich vielleicht auch noch einladen Damit ich spektaten kann? Ja Ja war ganz Zeit Du musst kein Team auswählen Hab ich gemerkt Ja ja Ich kann auf spektate gehen Ja das hab ich auch gern Zu spät wohl Ja Sag mal Wir zahlen zwischen Eins Und Dreißig Elf Eins Zwei Fünf 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 Sechs Sieben Hach Neun Zehn Elf Lotus Wird Ich gewinn jetzt die vier Olympics Das wär's Ich hoffe sehr, dass Alfred den Medaillen gewinnt Ja das wär richtig heftig So ich bin nur Spectator Leute Ich bin nur Spectator Ich werd nicht kämpfen Ich werd euch einfach nur beobachten und stalken Ihr werdet alle Teams gegen viel glück leute beim allerletzten spiel der feder olympics 2022 sommer edition ja eigentlich war es geplant für die für ende august wie es eigentlich geplant war aber da ging es nur wirklich miserabel und dann muss ich leider verschoben ist verschieben desto besser dass wir jetzt wieder fit sind hier das letzte spiel team weiß und team rot ist nicht belegt und es nimmt hier grün alfred und rot leer alfred wenn du nach links baust dann knuff rinschießen wer wird sich den ersten angriff trauen zuerst braucht man natürlich ich glaube ist langsamer wie auf blox mc kann auch sein dass ich mich irre greedy traut sich schon penguin anzugreifen aber penguin traut sich auch greedy anzugreifen und beide kicken sich gegenseitig runter wie die zählt ja als topfavorit auch c core ist ja im engeren kreis der favoriten ja vielleicht auch er hat die letzte hat dasselbe gewonnen ansonsten ist halt jeder grad in seiner base man hier traut sich gerade auch anzugreifen wo greedy und penguin sind am kämpfen penguin kriegt greedy und dadurch konnte er sein bett saven schmanty will aber auch jetzt gerade drauf gehen es sieht nicht gut aus für einen teilnehmer ich glaube der teilnehmer hat noch nicht bemerkt dass schmanty auf seiner insel ist gott das heißt nicht alles und alfred wird von schmanty angegriffen und alfred nur alfred nooo leider alfred nicht seine erste medaille nach 14 spiel aber du bist im finale gekommen wer hätte das gedacht zeige schmanty an das ist verdient also wir nehmen die anzeige an schmanty an äh schmanty wird auf twitter gecancelt jetzt es bleibt aber noch oh das gelbe bett ist weg von schmanty und schmanty hat sich gerecht ja alfred es gibt aber eine große spannung zwischen penguin und greedy die ganze zeit die kämpfen hier immer gegeneinander und laufen immer zueinander hin ich wünsche mir noch eigentlich die rüstung penguin ist tot und sein bett wird jetzt leider abgebaut von greedy und aus diesem grund ah penguin hat ihn noch bekommen okay bei penguin ist noch alles drin oh da geht es ab zwischen zeko und schmanty ist echt ein und schmanty leider tot schmanty leider raus geflogen falls jetzt noch eine person sterben sollte dann sind schon mal medaillen vergeben hier greedy geht wieder auf penguin drauf und penguin hat es leider nicht überlebt da er nicht genug herzen hatte und damit stehen die medaillen fest zumindest wer jetzt eine medaille kriegen wird ich würde eigentlich dieses finale sehr gern zuschauen zeko und wie die ganz zwei starke spieler was auch die op angeht ich bin jetzt hier immer noch rum es tut mir leid ich brauche mal die zeit okay es ist aber ist mir aufgefallen auf auf dings ist viel längsamer also auf halbwegs ist viel längsamer wie auch zum beispiel block simsie es hat sich aber bisher noch keiner zur mitte getraut es ist jeder auf jeden drauf gegangen ich komme jetzt auch ich probiere es das ist lag ist tut mir leid dafür kann ich halt einfach nichts dafür die erste person ist in der mitte und dementsprechend sind da auch wahrscheinlich sehr viele emeralts seko und greedy sehen sich gerade ohne blöcke ich mag die map nicht ich hab kalk und schulde hat stopp gesagt ich hab elf gesagt ja das ist alles meine schuld leute das lag und das wegen der map tut mir leid ich nehme das alles auf mich auf wow und ich bin auch dabei tatsächlich bin ich auch im final dabei ich bin jetzt gegangen und deswegen holt sich jetzt zekor noch ein paar emeralts ich mag kapplo doch kommt da von hinten auch noch an wo muss ich denn hin nein pinguin nicht von der brücke springen zekor ist leider runtergeschmissen worden weil greedy sich anscheinend unsichtbarkeit gekauft hat es bleibt spannend junor geht gerade zu einer anderen insel rüber zekor ist gerade erst gespawnt und greedy möchte anscheinend wieder zur mitte gehen zekor möchte aber auch gleichzeitig zur mitte gehen es kann sein dass es wieder zu einem kampf kommen kann ja es kommt zu einem kampf oh das war sehr gut von greedy es kommt zum 1 versus 1 jedes mal wenn du sagst damit dann jeder denkt ja kommt meint jetzt nicht ich komme jetzt zum kampf schon nur als auf einer anderen insel hallo greedy in der mitte zekor sieht klonor greedy sieht aber auch klonor der weg ist jetzt leider weggesprengt klonor baut sich rüber und das bett ist offen aber zekor kann sich noch wehren zekor ist runtergefallen und damit wird klonor das bett haben klonor geht weg was soll ich machen jetzt wird 1 gegen 1 gegen zekor ja greedy hat sich so ein bisschen zurückgezogen oh cycle problem ist wenn ich zu video rüber gehe dann kommt halt zekor und baut mind map ab ja problem ist halt wiederum dass zekor also zekor und video sind beides kein viel besser in pvp wie ich das ist keine frage jetzt weiß niemand zu recht was er gerade machen soll ich kann aber verstehen ich kann aber verstehen Werde. Greedy wieder in der Mitte. Sekor ist auch auf einer Insel. Greedy noch in der Mitte und nur auf seiner Insel. Oh no. Das Bett wird weggespringt von Sekor da hinten. Von mir, meinst du? Ja. Mein Bett. Sekor, ich hätte dich kennen können. Willst du hier? Dann wird's gut. Ich wünsche dir natürlich, dass ich zu Gwiese dir sein Bett abbauen könnte, weißt du? Ja. Das geht nicht, wenn Sekor da ist und mich anschaut. Ja. Sekor immer noch auf der Insel. Klonoa auch. Ja, ich kann nicht weg. Es ist... Sekor stört. Oh. Greedy ist wieder unsichtbar. Kämpft gegen Sekor. Oh. Sekor hat nicht mehr viele Herzen, aber Greedy ist langsamer. Er hat sogar noch eine Ender-Perle. Und Sekor fällt runter und es kommt so ein 1-2-1-Kampf gegen Greedy und Klonoa. Und die Medaille für Sekor. Oh nein, ich... Greedy hat sogar noch einen Bogen dabei. Diamantrüstung. Verzaubert. Unmöglich, unmöglich gegen den Typen. Das wird ein Kinderspiel führen jetzt. Sag es mal so, es wird sehr, sehr schwer für dich. Ja. Möchte ich schon hacken, damit ich hier noch gewinne. Ja, das stimmt. Schade. Fast getroffen. Das war sehr, sehr knapp von Klonoa noch. Beide sind sich wieder am Equipen. Jetzt wieder ein Bogenkampf. Klonoa steht da ein bisschen frei. Konnte sich noch retten. Und Greedy möchte wieder draufgehen und... Schade. Schade, schade, schade. Das ist wirklich sensationell. Oh, er ist unsichtbar. Ja. Groß kommt zum Kampf. Ja. Und Klonoa fällt runter und Greedy will das Bett zu 100% haben. Ja. Und das war's mit Klonoa. Mit Fehlern im Fix. Ja, mit Fehlern im Fix. Greedy hat 0% überraschend Gold gewonnen. Gold für Greedy, Silber für mich und Bronze geht am C-Core. Was soll ich sagen? Das waren die für den Fix. Warte, ich muss jetzt warte, warte. Äh... Äh... Spielen. Es hat mir riesen Spaß gemacht, diese 10 Tage mit euch zu genießen, zu moderieren. Dank an jeden Einzelnen, der mitmoderiert hat, der mitgespielt hat. Es waren 10 tolle Tage. Und wir gratulieren noch mal Kaikon an den Sieg der Fieser für den Olympics. Wiederschööön. Ui, Feuerwerk. Also, Dankeschön noch mal an jeden Einzelnen, der teilgenommen hat. Es war mir eine Ehre, euch alle begrüßen zu dürfen bei dem für den Olympics Sommer 2022. Übrigens wird es bald in zwei Wochen ungefähr dann noch mal einen extra Tag geben. Bleib gespannt. Dankeschön, Klonoa für das Event, für das organisieren. Hat Spaß gemacht. Ich nehme mich an euch. Und Dankeschön, dass ich heute wieder mitmoderieren durfte. Wir gehen hoch. Warte, warte. Alle noch kommen, wollen wir sehen auf Talk 1 bei meinem Discord-Server? Ihr könnt auch gerne mitdrehen. Also, danke, ich bin kein Grund für das heute mitmoderieren. Danke an jeden Einzelnen, der mitmoderiert hat. Elephant mitmoderiert, Schmanty, Vastel, Black Mysterium, Seekor. Seekor. Hallo, das Welt-Pinguin hat. Ich bin grünert. Ich bin grünert. Und... Dankeschön an jeden, der mitgemacht hat. Ach man, ich bin irgendwie traurig, dass die zehn Tage so schnell vorbei waren. Ja, mal schauen, wir haben ein größeres vor für die nächsten, und vor allem ich habe ein größeres vor, für die nächsten für Olympiques. Da wird sicher mehr Spannung, mehr Energie, mehr Power sein. Wenn wir da die Olympiques gewinnen, wir werden es dann sehen. Hi, von... Im Februar 2022. Hallo. Ja, hat er nochmal dabei? Ich habe meine Medaille bekommen. Ich sagte, ich bin sogar eigentlich relativ froh, dass die jetzt vorbei sind, weil ich hatte immer so einen 180er-Puls, wenn ich diese Minigames gespielt habe. Ich war immer so aufgeregt, weil ich unbedingt ein bisschen liefern wollte, aber ich habe mich immer, glaube ich, ein bisschen zu überanstrengt, dass ich dann auch irgendwie richtig schlecht gespielt habe teilweise. Und, keine Ahnung, also wir haben trotzdem Spaß gemacht, so ist es nicht, aber ich brauche ein bisschen Pause und stelle mich noch im Herzinfarkt. Boah, ich bin vorhin in Mario Party fast so ausgerastet, ey. Boah, ich auch, ey. Ich habe dauerhaft ein, zwei oder drei gewöhnt. Drei war ein Glück. Ich hatte nicht mal eine Drei, meine höchste Zahl, die ich jemals gewöhnt habe, das war einmal eine Fünf. Ja, bei mir war es einmal eine Vier, das war zum Schluss und ich hatte, glaube ich, einmal eine Drei und sonst halt auch nur so Einsen und Zwei. Ich war vorletzter. Pengreen hasst einfach für der Olympics. Nein. Aber bitte demnächst mal Bad Wars, bitte so diese Schwitzer-Modis bitte alle am Anfang setzen, das wäre nett. Damit man nicht schon weiß, wer gewinnt auf jeden Fall. Ja, genau. Am Ende der des Finales. Bin doch nur zum Logo, wieso kann ich mir hier zum Logo deportieren? Ich habe einen In-Game-Arm. Dann kannst du... Was machst du? Ich nehme Lava gespawnt. Hä? Komm doch in die Runde, dann kannst du dir doch der Projekt am Anfang Game-Up geben. Er wollte doch noch uns einen Screen machen. Kommt alle zu viele der Olympics, wir starten noch nicht. Ich hätte noch ein bisschen gewartet, bis die Leute kommen. Ja, ich habe noch nicht Abschied nehmen. Danke fürs Organisieren, Clonor. Danke, danke. Ja, war nice. Auch wenn ich erst mittendrin erst mitgemacht habe und das Film nicht entdeckt habe. Ich hätte glaube ich von Anfang an mitmachen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen besser in der Reihen, in der Tabelle. Nur zum Logo oder zu diesem LED-Schutz-Gesicht. Nein, ich bin direkt runtergeflohen. Perfekt. Dann bedanken wir nochmal mit diesem Bild der Philolympics. Danke schön fürs Teilnehmen. Und tschüss. Zum nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Ah, ich muss kalkeln. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.